das stimmt ich wollte zehn hoch machen ach komm schon bei vier hoch da dürfte jetzt die tür eigentlich sein das müsste jetzt so passen das ist ja gut da kann ich so zwischendurch nach meinen anderen sachen zu gucken weil ich hier jetzt trotzdem mal die blöcke setze naja ich sehe aber ich brauche gerade wieder was zu trinken bzw heilflüssigkeit da hilft jetzt so eine tomate aus soll reichen ich bin bei der sechsten schicht nummern zum nachzählen leute meine ich habe ich 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 es ich 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 So. so der nächste stapel da geht ziemlich fix streift ja drum so lange dauert das wirklich nicht tatsächlich schon die siebte schicht rum meine wohnstube brauche ich nicht größer als 5 da glaube ich nicht ja komm schon über so die reihe ziemlich durch dann komme ich besser habe jetzt doch irgendwie schiss dass es mir doch durch bräht oder so also dass mir doch verbrennt so acht schichten sind das jetzt aber immer noch wir sind immer noch durch da ist einer gegrillt eine andere dürfte jetzt auch gleich durch sein jawohl so dann ach das ist ein fell kommst du jetzt dran die müssten auch mal gleich durch sein jetzt habe ich schluck auf man 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 wenn ich war doch mal für an hey die 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 ein bisschen Kohle nachlegen so ich werde jetzt nochmal meine Flasche auffüllen gehen war ja hier irgendwo der See genau was ist das? soll ich die Musik irgendwas sagen? so mach ich jetzt mal kurz weiter hallo lass mich mal durch hier danke gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die nächsten Eisenbachen sind fertig. Was ist mit dir? Der ist noch nicht durch. Und allmählich wird es hell. Oh, warte mal. Das ist ja doof. Ich muss jetzt nochmal so ein neues... Ah ne, da ist es. Gerbgestell. Aber inzwischen habe ich ja die Höhe, dass ich alles da reinstellen kann. So schaut's aus. Heißt, die Sägebank kommt mit. Die Blockbank kommt mit. Das Ding kommt mit. Du kommst erst recht mit. Dann darf ich auch gleich mal umräumen. Warte jetzt nur noch bis das Ding hier fertig wird. Mann! Mann! Jawoll! Ich kriege eher schneller Durst als... Warte mal. Kann ich nicht die Kohle da rausholen? nicht zerstören, weil da kann ich... Ich baue eh eine größere Schmiede. So. Ähm... Ja. Warte nur. Wie stelle ich's auf? So. Ähm... Warte nur. Wie stelle ich's auf? Die einfache Werkbank. Mal direkt da hin. Da die Sägebank. Keine Ahnung wie die hin kommt. Geh abgestellt. Dann daneben der Webstuhl. Ich habe... So. Was war hier? Werkbänke. Ähm... Da brauchte ich nochmal einen großen Schmelzofen. Oder wie soll's? Ein Spinnrad brauche ich auch nochmal. Malwerk. Da würde ich noch eine Mühle bauen extra. Eine Papierpresse wäre ja nicht schlecht. Ein Anbau stelle ich natürlich erst dann auf, wenn ich den Schmelzofen gebaut habe. So, aber irgendwo muss ich auch noch eine Treppe hochbauen, ne? Sollte man auch bedenken. ... Was? Hallo? ... ... so bei dir türen der türen moderne türen der holzabdeckung war kann ich so viel machen und da ist doch die höhe oder da ist ja wohl die höhe ja dann passt jawohl die höhe super das ist ja wohl die höhe dann war das hier hier waren die gerüste mit unter muss ich eine hochbauen boah alter hier muss man echt hier sorgfältig laufen hier Untertitelung des ZDF, 2020